In diesem Video zeige ich euch einen Kopfrechen-Trick und warum der funktioniert. Ja, ich möchte zwei Zahlen multiplizieren, nämlich 39 und 41. Da gibt es verschiedene Kopfrechen-Strategien, die man anwenden kann. Also, keine Ahnung, 30 mal 41 plus 9 mal 41. Oder man rechnet 40 mal 41 und zieht nochmal 1 mal 41 ab. Oder 39 mal 40 plus 39 mal 1. Also, da gibt es verschiedene Strategien. Alle haben Potenzial, sich zu verrechnen. Ich zeige euch jetzt einen Trick, wie das einfacher geht in diesem Fall. Und zwar, der Trick funktioniert immer dann sehr gut, wenn die Zahl, die genau in der Mitte zwischen diesen beiden Zahlen liegt, einfach zu quadrieren ist. Also, ich zeichne das hier mal rechts hin am Zahlenstrahl. Ich habe hier irgendwo die 39 und die 41. Welche Zahl liegt genau in der Mitte? Die 40. Die 40 ist relativ einfach zu quadrieren. Ich quadriere also die 40. Und dann ziehe ich noch den Abstand ab, den die 40 von den beiden Zahlen jeweils hat. Also, hier ist der Abstand jeweils 1. Also, minus 1 Quadrat. Das ist auch relativ einfach. Ich muss also nur rechnen, 1600 minus 1, 1599. Also, 39 mal 41 ist 1.599. Anderes Beispiel. 67 mal 73. Wenn ich das ausrechnen möchte, schaue ich wieder am Zahlenstrahl. Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen 67 und 73? Ist die einfach zu quadrieren? Da liegt die 70. Ja, die ist einfach zu quadrieren. Also, rechne ich 70 Quadrat minus den Abstand von der 70 zu den beiden Zahlen. Der ist jeweils 3. Also, minus 3 Quadrat. 70 Quadrat ist 4900. 3 Quadrat ist 9. 4900 minus 9 ist 4891. Also, ich will zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Sieht relativ schwierig aus. Die Zahl in der Mitte ist aber relativ leicht zu quadrieren. Der Abstand ist leicht zu quadrieren. Dann nehme ich die Zahl in der Mitte zum Quadrat, minus Abstand Quadrat und komme auf das Ergebnis. Warum funktioniert das? Das ist relativ einfach zu beweisen. Und zwar mit Hilfe der dritten binomischen Formel. Ich habe zwei Zahlen, die ich miteinander multiplizieren will. x mal y. Okay. So, hier ist x und da ist y. So, jetzt gibt es eine Zahl in der Mitte. Nennen wir sie mal a. Und a liegt genau gleich weit weg von x und y, jeweils mit dem Abstand b. Also, x ist nichts anderes als a minus b. Und y ist nichts anderes als a plus b. So, das können wir hier reinschreiben. x mal y ist also dasselbe wie a minus b. Mal a plus b. Ja, also die Zahl in der Mitte, einmal den Abstand abgezogen, einmal dazu addiert. a minus b mal a plus b. Ja, und das ist die dritte binomische Formel. Das ist a Quadrat minus b Quadrat. Also gerade die Zahl in der Mitte. a zum Quadrat, gerade die Zahl in der Mitte. minus b Quadrat, also minus den Abstand zum Quadrat. Vielleicht habt ihr ähnliche Kopfrechen-Tricks? Schreibt es doch in die Kommentare. 그런 Frage. . .